hallo meine lieben zuschauer es geht weiter mit super mario advance ja wir haben letztens die zweite teiler geholt zweite münze und es geht weiter und dabei ist eine rakete supi und was hat sie mir gebracht keine ahnung und da sind komische du bastard stirbt gibt es irgendwo münzen da oben gibt es irgendwo münzen und da hoch kann ich jetzt nicht aber dahin kann ich und da gehe ich jetzt auch hin du spaß die wieso wirfst du mich ab was habe ich dir getan meins und noch mal das gleiche spiel funktioniert nicht aber egal von wo kommt der blaue shaker jemand okay das war jetzt leicht auszuweichen dummer spaß die sage ich nur jetzt hoch hoch super sind ja da und was gibt es hier zu tun das war schon falsch man wartet es geht weiter und ich hoffe wir starten wieder ja super ok die wollen mich so verarschen ja was das wie eine scheiße ich habe vor die angst zustände jetzt hey man ich werde hier so oft abkappen da sage ich euch leute man diese scheiß level rät mich schon jetzt auf nur kurz eingespielt und ich hasse das jetzt schon okay dass das dieses herz haben jetzt auch und das haben wir jetzt auch verloren sehr typisch okay die dritte münze was was die vierte münze ich gehe jetzt schnell wieder runter weil das war die vierte münze ich will aber die dritte haben okay was soll ich jetzt machen ach man wo ist die fünfte münze was zum teufel wo muss ich denn hin vielleicht sie da hast du das nur das hier hast du da ob jemand erhaupt dass jetzt jemand sehen würde man ob das jetzt jemand sehen würde manu manu mani muss jetzt die ganze scheiß noch mal machen oder was man jetzt schnell zur anderen seite und du plüsch dir verschwinde und das war knapp zu knapp und ich habe nur ein leben das ist nicht gut gar nicht gut also so ist das okay wenn er so ist okay da habe ich mich jetzt etwas blamiert was zum teufel muss ich hier machen machen ja safe und continue wartet ok es geht weiter das schaffe ich jetzt wo zum teufel muss ich hin mann nein das war jetzt man jetzt hat das mich umgebracht du scheiß post die scheiß scheiß geil und deiner mara man diese scheiße rät mich langsam auf die gibt mir so am sagt vorbei ok die bringen sich selbst um diese schwachmarken und ich darf hier nicht sterben ok hatte wo war jetzt noch mal die erste münze das habe ich jetzt nicht mal jetzt habe ich das nicht gekriegt jetzt ganze scheiß nochmal und super das haben wir jetzt auch aber erst wir brauchen die münze hier ich glaube ich war ich glaube sie war doch irgendwo da oben fick dich du scheiß spaß ey langsam kriege ich die krise hier aber richtig diese scheiß botten nervt mich so doll ey sag jetzt nicht die war da oben hä wo war die okay so kann man auch rüberkommen achso das war die erste münze die zweite ok ja ich weiß ich bin krank man das ist so ein epic fail video man das geht doch nicht wartet ok es geht weiter ich kacke so doll ab aber richtig das ist so schlecht man war hier die fünfte münze nein hier auch nicht wo zum teufel war die fünfte münze nochmal die war doch irgendwo hier da muss ich meine alten videos nachgucken was los mit mir also da ist die fick dich doch man wenn ihr bock mich jetzt trifft ihr scheiß spaß die seid ihr dran ich hasse diese bomben und diese scheiße hast ich am meisten am schlimmsten hasse ich diesen fetsack scheiße den macker der ist so sinnlos in diesem spiel mit so keine hobbys elinder darsteller man komm her hab ich tag jetzt geht unsere reise los du 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 das war knapp hier zu knapp ok 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 wieso bin ich so früh abgesprungen man wartet ok es geht weiter man ja ich weiß oh nicht nicht noch einmal und scheigei komm her bam und habita komm her süßes habita immer gehorchen dann kriegst du kein stress mit mir habita schneller 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 ich warte leute ich geh mal zur toilette ja ich bin wieder da weiter du 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 Super Rakete Und wieder Back Und ich weiß auch noch wo die dritte Münze ist Aber wartet Okay 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 Die dritte Münze haben wir Die vierte war irgendwo in der Nähe Glaub ich Ach die war irgendwo anders Ich muss auch gleich die Aufnahme auch beenden Mit diesen tollen Part Und diesen Epic Fail auch noch Das war alles in einem Ey wie soll ich da durchkommen Ach Komm her Ich will dich töten man Oder wartet Vielleicht im nächsten Video